Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mii-Nachrichten war der 1. September 2022. Frau Kitt wurde heute von ein paar Schafen bedrängt. Frau Kitt lief gerade heute ein Nickerchen im Gras, beim Aufwachen war sie von einer Schafherde umringt. Frau Kitt war von der Situation ziemlich überrumpelt. Es hat den Anschein, als fühlten sich die Schafe zu ihr hin gezogen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Das ist ziemlich erstaunlich. Was für eine Antwort erwartet ihr denn jetzt? Danke fürs Zuschauen. Ich bin Bob Müll. Der 1. September war das Sendedatum dieser Mii-Nachrichten.